Kultur ist für den Zusammenhalt einer Gesellschaft wichtig. Kultur ist auch eine gute Möglichkeit, über die eigene Gesellschaft nachzudenken. Kultur ist auch ein wesentlicher Integrationsfaktor. Denn die Menschen, die zu uns kommen, bringen ihre eigene Kultur mit und müssen sich mit unserer Kultur auseinandersetzen und wir uns mit der ihren. Und deswegen glaube ich, dass gute Politik ohne einen intensiven Kontakt zur Kultur gar nicht möglich ist.